Das ist das unsympathischste, selbstgerechteste Spießertum, das diese Bundesrepublik kennt. Und diese Leute, die in den sogenannten sozialen Netzwerken, in ihren medialen Outlets, in ihren Büchern, in ihren Thinktanks, in ihren Futuriumsveranstaltungen, dieses grüne Weltbild, diese Weltanschauung in einer unfassbaren Selbstgerechtigkeit und mit einem Hochmut gegenüber anderen Menschen ausleben, die kosten ihnen viele Stimmen, weil der Jubel bürgerlichster Milieus über jemanden wie Olaf Scholz, den die sie nie wählen wollen, aber der hat nicht diesen Hochmut, der hat nicht dieses Herabgucken auf den fleischessenden Verbrennungsmotorfreund, der sich freut, wenn er mit seinem Facharbeitergehalt nach Mallorca fliegen kann. Und diese Art von Hybris, glaube ich, ist ein richtiges Problem und das kostet viel Zustimmung.